So, habt ihr auch eure Hausaufgaben gemacht? Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Mein Bus hatte Verspätung. Am ersten Tag direkt. Also, das ist Karl. Er ist für die nächsten Jahre euer neuer Mitschüler. Also bitte, seid nett zu ihm. Du kannst jetzt gerne nochmal besser stellen. Also, ich bin der Karl Nasenbein. Nasenbein! Und ich komme eigentlich aus Oberursel. Ii, voll dick Nase. Ruhe bitte. Und ich bin jetzt nach Licht gezogen. Ja. Setz dich bitte hin. Oh, schnavisch. Oh, ey Leute, da kommt schon wieder der Neue. Ey, Leute. Oh, schnavisch. Oh, schnavisch. Hey, möchtest du vielleicht mit uns in unsere WhatsApp gucken? Warum? Dann gehörst du zu uns. Dann bist du einer von den Kuhlern. Okay, ich kann dir mal meine Nummer geben. Hey, Leute. Schaut mal, die Neue. Ich hab das Video... Sehr drüber. Ich hab den ja jetzt in die WhatsApp-Koppel hinzugefügt. Dann lass das Video doch mal reinschicken. Ja. Wer hat das wohl geschickt? Hm? Wer stellt denn sowas in die Gruppe? Hallo? Hallo, Papa. Hallo. Wenn du zu uns gehören willst, dann musst du erst mal eine Mutprobe stehen. Und dazu müssen wir dir erst mal die Augen verwirken. Was ein Opfer! Ach, lieber Gott, hilf mir. Ich werde in der Schule gemobbt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß einfach nicht weiter. Amen. Es macht doch sowieso keinen Sinn mehr. Tu's nicht! Nein! Wir können doch mal drüber reden. Ich hab das ja auch nur gemacht, weil ich selber nicht gemobbt werden wollte. Tut mir leid. Ich verzeih dir. Aber gehen wir zum Lehrer? Ja. Ja. Ja.